Aber dann müsste man ja dann auch dieser höheren Intelligenz gewissermaßen an Teilverantwortung übergeben, weil es wir nicht auf die Reihe kriegen. Ja, wir machen das die ganze Zeit. Wie laufen wir irgendwelchen herzlosen Führern hinterher, nur weil sie sehr laut schreien? Also wir kennen das in der Geschichte. Und im Folgenden mein Gespräch mit Tristan Post, einem KI-Experten und einem Unterstützer und Leiter für Start-up-Unternehmen KI in ihre Unternehmen zu integrieren und damit natürlich zu wachsen. Der Tristan selber ist recht breit aufgestellt und auch sehr belesen, soweit ich das wahrnehmen kann. Ich bin unter Philosophie studiert, war viel in der Welt unterwegs, hat auch viel gesehen. Und es gibt natürlich auch einen gewissen Weitblick und eine gewisse Vogelperspektive, vielleicht auch auf die Dinge, die gerade heute in unserer Welt passieren, auch bezüglich KI. Das macht auch das Gespräch sehr interessant und an vielen Stellen schweift man da auch in ganz andere Bereiche ab, die aber indirekt natürlich auch von KI und allem drumherum, was das betrifft, angespielt werden. Wenn euch der Kanal gefällt, einfach abonnieren und ansonsten jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Tristan Post. Sehr gut. Also Tristan, mir freut es ab, dass du dir Zeignungen hast für mich. Ja, gerne. Und um ganz einfach zu starten, ich bin beim Weg hierher im Radio über ein paar Aussagen, über KI gestolpert. Und was mich selber interessiert, es sind jetzt die letzten zwei, drei Jahre sau viele Dinge passiert im Rahmen von künstlicher Intelligenz. Es ist ja in die Presse gekommen und alles. Und irgendwie haben die Leute plötzlich das Bewusstsein gekriegt, dass ich irgendwas Großes ändern könnte oder auch nicht könnte. Und was sich da für mich aber für eine Frage viel mehr gestellt hat, weil ich, das ist alles ein Prozess, es wird nichts auf einmal passieren, meiner Meinung nach, aber das ist was anderes. Aber die Frage, die sich mir stellt, ist, ist so eine Gesellschaft überhaupt bereit oder unsere Gesellschaft überhaupt bereit dazu, für das Potenzial, was sich da gerade eröffnet? Das blödes Beispiel, dieses ZGPT, wo jeder darüber spricht, das hat es ja eben klar gemacht. Mann, das kann passieren, dass tausend Dinge ersetzt werden, ersetzt werden könnten und wir wissen nur nicht mal warum, wozu und weshalb. Und vielen macht das Angst, vielen macht das auch keine Angst. Viele sagen, die Zukunft wird unglaublich, frei von Hunger, frei von Leid. Und andere sagen, in den nächsten 20 Jahren werden wir uns selber auslöschen als Menschheit. Kannst du einfach mal einen Kommentar dazu abgeben? Ja, ich meine, ich finde das ja auch spannend. Ich sehe ja sehr viel und ich bin auch sehr viel unterwegs. Und wenn ich mit Leuten über KI spreche, dann ist es normalerweise keine KI-Experten, sondern eher Laien, wenn man so sagen darf. Und dann kommen natürlich solche Fragen sehr viel, gerade jetzt mit ZGPT, was sind die Auswirkungen für unsere Gesellschaft? Und wir sehen schon, ich meine, ich komme aus dem Bereich, ich glaube, es gibt sehr viele, sehr spannende Entwicklungen. Aber ich glaube, es gibt auch einige Sachen, die ja schwierig sind und eine große Herausforderung für uns werden. Und das ist jetzt nichts Neues, was wir mit einer Technologie haben. Das sehen wir eigentlich von allen Technologien. Stell dir mal vor, wir haben damals, als wir Jäger und Sammler waren, auf einmal für uns das Feuer entdeckt und haben uns auf einmal angefangen zu verbrennen. Das war so die Herausforderung. Oder ein besseres Beispiel, wie zum Beispiel Flugzeuge, wo wir Flugzeuge haben und auf einmal stürzen Flugzeuge aus dem Himmel. Und wir haben verschiedene Herausforderungen, auch mit künstlicher Intelligenz, die es für unsere Gesellschaft gibt. Es geht ja ganz klar von vielleicht einerseits, dass wir bald nicht mehr erkennen können, was jetzt Wahrheit ist oder was nicht, weil sogenannte Deepfakes oder Generative AI so gut ist und die Bilder, die generiert werden, so echt sind, dass wir als Menschen Schwierigkeiten haben, mit bloßem Auge zu erkennen, was wahr ist und was nicht wahr ist. Und gerade jetzt in den Zeiten, wo eh schon das Vertrauen in die Politik so niedrig war oder ist wie noch niemals zuvor, stellt es, glaube ich, große Herausforderungen für unsere Gesellschaft. Und wir müssen gucken, wie man damit umgeht, was es heißt. Natürlich, klar, haben viele Leute Angst, auch so ein bisschen ihren Job zu verlieren. Das ist etwas, was man immer wieder oft hört. Und ich finde es immer sehr spannend. Ich finde, man kann sehr viele Parallelen aus der Geschichte ziehen. Mark Twain hat ja gesagt, Geschichte wiederholt sich nicht, sondern reimt sich. Und sehr viele Lehren von anderen Technologien zum Beispiel oder vor anderen Veränderungen ziehen, die meiner Meinung nach auch jetzt wieder gültig sein werden. Was wären das für Parallelen als Beispiel? Naja, wir haben zum Beispiel viel Angst. Wir sehen jetzt, dass die Leute wieder auch auf die Straße gehen. Man hat das vielleicht zum Beispiel gesehen, gerade sehr prominent im Bereich Hollywood, wo die Drehbuchautoren auf der Straße waren und Angst hatten, dass sie ihren Job verlieren. Ich meine, das hat man immer wieder gesehen, dass Leute aus Angst vor Automatisierung auf die Straße gehen. Ganz bekannt war damals in New York, wo die Bellboys, also die Leute, die Lifte gefahren sind, die man noch damals manuell gemacht hat und wo man dann damit navigieren musste, auf die Straße gegangen sind, als die ersten automatischen Lifte gekommen sind. Und man gedacht hat damals, uh, das ist irgendwie noch viel gefährlicher, wenn du jetzt irgendwie an so einem Drahtseil hängst, ohne dass der Mensch ist. Und man hat festgestellt, eigentlich ist es viel sicherer. Und da sind irgendwie so spannende Parallelen, wo wir teilweise jetzt auch sehen, haben wir die Angst, irgendwie unsere Kontrolle abzugeben an die Maschine. Und vielleicht ist es ja eher eine Chance in gewissen Maßen und gewissen Bereichen. Also für mich stellt sich auch eine Chance da, zumindest in den Gedanken, wo ich darüber nachdenken will. Aber es stimmt, eine andere Parallele wäre zum Beispiel, wo der Rebstuhl eingeführt worden ist. Da waren ja die ganzen Weber auf der Straße und haben demonstriert gegen die Webstiele, die sie wegrationalisiert haben. Aber das geht ja in dem Sinne dann ganz konkret um diese Angst vor dem Ersetztwerden. Es gibt ja auch noch andere Ängste, die da treibend sind, dass man das als Waffe einsetzen kann. Was ja, ich glaube, in der heutigen Zeit, also ich finde das Argument durchaus tragender, weil mit der ganzen Informationsgesellschaft, die sich gerade so etabliert, in den Generationen, die sie aufwachsen, wird klar, was man für ein Potenzial, für ein schlimmeres Potenzial ausschöpfen kann, sei es ein Angriff, sei es ein finanzieller Schaden, sei es einfach nur ein Image-Schaden, was auch immer. Was so eine KI auf eine unglaubliche Art und Weise auch abliefern kann. War es nicht sogar so, dass die Bing-KI jemanden dann gebasht hat auf Twitter, weil er sie versucht hat, zu überreden, ihre Geheimnisse preiszugeben oder so etwas Ähnliches? Ich glaube, man muss verstehen, was wichtig ist. Es ist jetzt nicht unbedingt die Technologie an sich, die irgendwie Leute angreift oder die Leute basht und wo das passiert. Da gibt es so ein paar Beispiele. Das war, glaube ich, damals Microsoft, so ein Twitter-Bot, den die entwickelt haben, wovon du sprichst. Und da sind auch wieder die Parallelen, die ich sehe. Also wir überlegen ja einerseits, wie können wir die Technologie sicherer machen. Also es ist wie zum Beispiel bei Flugzeugen zu überlegen, was können wir machen, damit weniger Flugzeuge vom Himmel stürzen. Und dann gibt es aber noch die ganz andere Komponente. Und zwar, das können wir ja alles regulieren. Was kann ich damit machen, dass ein Flugzeug weniger vom Himmel stürzt? Wie kann ich Leute schulen? Die machen jetzt einen Pilotenschein, werden gesichert. Da müssen irgendwie Schwimmwesten drin sein. Und das Risiko, wenn was falsch läuft, was ja überall passieren kann bei der Technologie, wenn irgendwas passiert, dass es halt kaputt geht und uns verletzt und harmbereitet. Und dann gibt es auch noch ein ganz anderes Risiko. Das kann ich gar nicht regulieren oder nicht wirklich regulieren. Und da habe ich viel weniger die Chance. Und zwar, was passiert, wenn jetzt jemand ein Flugzeug nimmt und mit einem Flugzeug in den Turm reinfliegt? Also wenn jemand KI nimmt und bewusst sich dafür entscheidet, abgesehen von den Regeln, die wir ersetzen als Gesellschaft, diese Technologie einzusetzen, um Leuten zu schaden. Und das kommt gerade zum Beispiel auch schon vor. Wenn du dir überlegst, mit der Technologie, was du teilweise machen kannst, es kam letztens vor ein paar Monaten ein Paper raus von Microsoft, wo sie fünf Sekunden ein Snippet von deiner Stimme brauchen, um diese Stimme zu klonen. Und es wird recht schwierig für eine andere Person zu erkennen, ob die Stimme jetzt echt ist oder nicht. Und diese Technologie wird teilweise jetzt schon in Scams eingesetzt, wo Leute mit der Stimme der Tochter angerufen werden, wo zum Beispiel gesagt wird, die Tochter ist gerade in Spanien, hat einen Autounfall und muss irgendwie zur Polizei, wenn der Vater jetzt nicht sofort Kaution zahlt. Oder die Geschichten, wo die Stimme vom CEO beim Head of Controlling angerufen hat und gesagt hat, bitte überweis sofort ein paar Millionen auf Konto X. Und das immer schwieriger wird zu erkennen. Und ja, haben wir da überhaupt eine Chance, das zu verhindern? Das ist ja der Anfang. Ich meine, was jetzt diese Stimmreproduktion betrifft, das ist ja wirklich der Anfang. Ich meine, es gibt ja dann auch immer die Gegenforschungen und es gibt ja dann diese T-Shirts von diesen, ich weiß nicht, waren es chinesische Forscher, keine Ahnung, wo dann plötzlich Personen nicht mehr erkannt worden sind, was als unglaublich resilient Goldnaht in der KI-Welt. Vielleicht gibt es das dann für Stimmen auch, um sowas zu erkennen, aber das sind ja, also was mich da dran so antreibt, ist ja die Tatsache, dass das, wie gesagt, Open Source ist. Und das ist keine komplexe Software. Also so ein Stimmenscam, ich würde jetzt mal vermuten, jeder normal durchschnittlich begabte Mensch wird mit dem Tutorial, das es sicher in hundertfacher Ausweitigungen im Internet gibt, Sinn bringen, eine Stimme zu verheben. Ja, also klar. Und das ist auch wieder der Punkt, wo du sagst, ganz am Anfang, was heißt das für unsere Gesellschaft? Und das ist einfach sehr schwierig zu sehen, weil Technologie bewegt sich schneller als unsere Gesellschaft. Das haben wir ja gerade gesehen im Bereich Chat-GPT, das wurde ja einfach so auf uns losgelassen. Und jetzt versuchen wir als Gesellschaft dafür, Antworten zu finden. Wir versuchen erst mal zu verstehen, was heißt diese Technologie, wie gehe ich damit um und was sind die Konsequenzen und die Auswirkungen. Und das sehen wir immer wieder. Ich meine, zum Beispiel hinter den ganzen sozialen Plattformen. Die Algorithmen, die dir empfehlen, was du als nächstes siehst, ist ja auch künstliche Intelligenz. Und am Anfang wurde das ja natürlich irgendwie sehr groß gefeiert. Und man hat gesagt, hey, die ganze Welt ist jetzt connected und wir können uns besser verbinden. Aber die andere Seite, die wir jetzt erst viel später sehen und erst Jahre später merken, was das zu uns heißt. Ich meine, Leute sind abhängig von ihrem Handy, weil sie nicht mehr wegkommen. Dieses, wie nennt man das, Doomscrolling oder so, das es gibt. Die Suizidrate ist ja so hoch bei Nutzern von Social Media, wie noch nie, weil du dich immer vergleichst mit dem, was du siehst. Leute posten natürlich immer nur das Schönste, was es gibt. Und gleichzeitig sieht man aber auch, ich meine, ich merke das für mich selbst. Wir waren jetzt, letztes Wochenende waren Wahlen hier in Bayern. Und auch der Content, den ich vorgeschlagen bekomme auf sozialen Medien, der muss sich auch schon sehr aufpassen, weil das ja natürlich immer irgendwie so aus dem Content gerissen wird und das teilweise immer extremer wird. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, gibt es irgendwie zu jeder Partei und jeder Position gibt es eine eigene Meinung oder eine eigene Version vom Video, das die andere Seite schlecht darstellen lässt. Und ob das jetzt keine Ahnung von wo kommt oder von außen kommt, ist natürlich auch wieder eine große Herausforderung. Und wir als Gesellschaft müssen lernen, was es heißt, damit umzugehen. Und ich glaube, das Schwierige wird zu verstehen, dass unsere Gesellschaft ja schon zu einem gewissen Maßen aus Geschichten besteht, die wir aufgebaut haben, die wir über uns viele Generationen zu erzählen. Ich meine, geh mal hin an die deutsche Grenze. Da gibt es keine Grenze. Das sind Geschichten, die dir jemand erzählt. Und das sind Geschichten, die wir glauben. Wir glauben an das Wert vom Geld, den wir haben. Und wenn jetzt KI zum Beispiel genutzt wird, um die Leute immer mehr zu verunsichern, um falsche Wahrheiten rauszubringen, vielleicht teilweise auch gezielt, haben wir auch im Bereich von Corona gesehen, dann kann ich mir vorstellen, dass diese Tendenz, die wir jetzt gerade sehen, dieses Misstrauen in die Eliten oder die Politik, eher viel größer wird. Und wir uns einfach auch nicht mehr wissen, was passieren wird. Und ich glaube, was vielleicht passieren wird, so eine Prognose von mir, entweder wir finden eine technologische Lösung oder wir besinnen uns wieder mehr zurück auf unsere Chorgruppe, auf die Leute, die wir kennen, die wir vertrauen, die wir persönlich kennen, zu denen wir wirklich einen Bezug haben und bauen vielleicht wieder stärkere Gemeinschaften auf. Vielleicht ist es wieder so eine Zurückbesinnung, weil ich meine, da kommen wir ja her. Es ist eigentlich nicht natürlich, dass wir als Menschheit es schaffen, in so großen Städten überhaupt zu leben. Und das geht ja auch nur durch Technologie, die es erlaubt und welche Prozesse und Geschichte, die wir uns erzählen. Aber wenn du schaust, wenn du vor, keine Ahnung, mal viele hundert, hunderttausend Jahre zurückgehst, haben wir eigentlich alle immer hauptsächlich in kleinen Siedlungen gewohnt von maximal 150 Leuten. Und der Grund war dahinter, dass wir auch die Leute persönlich kannten, dass wir Geschichten erzählen konnten, dass wir denen vertrauen konnten und die Hintergründe haben. Aber mittlerweile kommt ja so viel und jeder kann eine Meinung abgeben, dass es sehr schwierig wird. Jetzt sprechen wir natürlich gleich am Anfang sehr viel über die Herausforderung von künstlicher Intelligenz. Ich glaube, es gibt natürlich aber auch sehr viele spannende Aspekte, die möglich sind. Also es gibt, sagen wir jetzt viel Positives. Dieser Punkt, der ist natürlich völlig wahr, das ist ja völlig unrealistisch, 2000 Freunde zu haben oder in irgendeiner Hinsicht irgendwas zu leisten. Das stimmt, aber ich finde, das betrifft ja in der zweiten Stufe KI. Also die KI steckt dahinter, schlägt uns irgendwelchen Content vor, so wie du es beschrieben hast, beeinflusst uns da unfreiwillig. Auf der anderen Seite sehe ich auch ein Riesenpotenzial. Das, was ich ganz zu Beginn gesagt habe, das schwappt ja von alle werden ausgelöscht bis hin zu. Der Hunger auf der Welt wird gelöst als großes Ziel oder Problem, wo ich auch eine Hoffnung habe, was ja akuter wäre, dass wir uns mit unserem Klima mehr auseinandersetzen und vielleicht auch wieder an Kreisläufe zu denken anfangen. Ja, oder ich sage mal, wieder ein achtsameres Leben führen könnten, dadurch, dass uns KI vielleicht gewisse Teilaspekte abnimmt. Ja, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite bedeutet das aber konsequenterweise auch, dass wir wieder ersetzt werden und das forciert ja auch wieder die Ängste im Einzelnen. Vielleicht einfach mal, ich glaube, das ist immer so ein Mythos, der mit rumschwingt, mit künstlicher Intelligenz, dass sie uns ersetzt. Und ich glaube, da muss man so ein bisschen den Unterschied verstehen, was für Arten von KI es gibt, weil wir sprechen gerade oft immer so salopp und meinen ganz künstliche Intelligenz. Und wir unterscheiden eigentlich zwischen drei Arten von KI. Das eine nennen wir schwache künstliche Intelligenz, die einfach sehr gut darin ist, spezifische Aufgaben zu erledigen. Jetzt denken wir zum Beispiel mal an den Spam-Filter, der E-Mails liest und die sortiert in Spam oder nicht Spam. Das wäre ein Beispiel davon. Und alles, was wir sehen, ist in diesem Bereich schwache künstliche Intelligenz. KI, die sehr gut ist, spezifische Aufgaben zu übernehmen. Selbst andere Sachen, sowas wie selbstfahrende Autos, wo man denkt, oh, die können ja sehr viele Sachen, sind ganz viele schwache KIs aneinandergereiht. Die eine kann erkennen zum Beispiel Fußgänger, die andere Ampeln, ganz, ganz viel, die dann alle Input geben und dann kann das Auto mit dieser Information, kann es praktisch sicher durch den Verkehr steuern. Das ist ganz anders, wie wir Menschen agieren und das nennen wir generelle künstliche Intelligenz. Ich meine, wir sind gerade bei mir zu Hause in der Wohnung, du warst hier noch nie, du könntest aber hier wahrscheinlich hinkommen und dir einen Kaffee machen, obwohl du noch nie hier in der Wohnung warst. Und das kann KI noch nicht. Also wenn dir auch was Spezielles trainiert ist, dann kann ich das nicht nehmen und dir in einen anderen Bereich einsetzen. Also die KI, die jetzt zum Beispiel den Schachweltmeister schlagen könnte, da kann ich die nicht einfach so ins Auto einsetzen und erwarten, dass sie das Auto fährt. Selbst die Sprachmodelle, ich meine, die wirken ja auch schon sehr komplex und sehr gut. Das liegt daran, dass wir Sprache sehr allgemein anwenden und dass wir mit Sprache sehr viel machen können. Das sind auch schwache KI, hat nichts mit unserer Intelligenz zu tun. Jetzt nehmen wir das Wissen mal und überlegen, okay, was heißt das für Jobs? Ein Job besteht nie aus einer einzigen Aufgabe. Ich arbeite zum Beispiel auch viel mit Journalisten zusammen, was macht ein Journalist? Ein Journalist recherchiert, der findet Leute raus, der geht zu den Leuten, interviewt die Leute, transkribiert das Interview, macht dann daraus seinen, schreibt er seinen Artikel. Es gibt es verschiedene Aufgaben, wo jetzt KI zum Beispiel kommt und diese Aufgabe vielleicht ersetzt, das Transkribieren von Interviews, kann ich mittlerweile eins zu eins mit KI machen. Das Schreiben von Text, das kann KI noch nicht alleine, sondern ich muss als Mensch dann immer einen Input geben. Das heißt, es gibt jetzt verschiedene Aufgaben, da werde ich viel befähigt, ja, sehr, sehr schnell und manche Aufgaben fallen weg. Aber es heißt nicht, dass mein Job wegfällt, sondern dass mein Job ganz, 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 ganz anders ausschaut. Und ich weiß, das beste Beispiel Jobstudent. Jobstudent vor 30, 40, 50 Jahren, als es noch kein Internet gab, als es noch keine Computer gab, da musstest du deine Diplomarbeit auf der Schreibmaschine schreiben. Überleg dir mal, wie lange das gedauert hat, auch weil jedes Mal, wenn du einen Fehler hattest, dann musstest du die ganze Seite nochmal neu schreiben. oder zur Recherche, da musstest du noch in die Bibliothek gehen und dir die Bücher raussuchen. Diese Aufgaben gibt es überhaupt nicht mehr mittlerweile. Das fällt alles weg und der Job des Studenten schaut ganz anders aus, als er früher ausschaut, benötigt neue Skills, neue Fähigkeiten, die die Studenten natürlich jetzt lernen, aber ist überhaupt nicht mehr vergleichbar, was die Leute damals gemacht haben. Also ich finde, du hast ja natürlich recht, dass sich da meistens die Jobs auch wandeln. Du hast jetzt ich, wenn ich an JGPT denke, ich verwende das, um mich effizienter zu machen. Ja. Das stimmt auch. Da habe ich einen Aspekt, der gewissermaßen im Hintergrund lungert, die Geschwindigkeit, wie sich das weiterentwickelt, ob jetzt diese schwache KI nur so aussieht wie eine starke KI oder ob es tatsächlich eine starke KI ist, die eine generelle Intelligenz aufweist, das macht für den Job nichts. Also der basiert halt auf dem, was am Ende rauskommt, auf dem Oberflächlichen. Und ich glaube, da wird sehr viel leistbar sein. Also gerade wenn jetzt, naja, ich unterrichte auch viel in Steuerungstechnik und anderen Programmieraufgaben und was die Programmieraufgaben betrifft, die ein Mensch so lernt, das können die mal, das kann das Ding jetzt schon lösen. Also die einfachen Aufgaben, mit denen die reinwachsen. Natürlich einen ausgewachsenen Programmierer mit kreativen Ideen, der eine Struktur aufbaut und so weiter. So weit davon weg. Die werden momentan dazu befähigt, das Zehn- und Hundertfache zu leisten, indem sie einen Code-Pilot nehmen und sich den ganzen Stusscode schreiben lassen und auch die ganzen Kommentare dazu schreiben lassen. Das ist ganz traumhaft. Aber auch da wird es schnell weiter schreiten. Und dann gehen wir nochmal eine Stufe zurück und dann brauchen wir plötzlich Experten, um Anforderungen zu formulieren, die quasi irgendwie, ich habe mal mit einem sehr erfahrenen Programmierer, nennen wir ihn einfach so gesprochen, der hat gemeint, das Hauptproblem liegt in den Anforderungen. Das Zeug zu schreiben, da ist es schon vorbei. Wenn ich meine Feature-Beschreibung habe und die ist gut und es sind klare Anforderungen drinnen, dann ist das andere eher mechanische Aufgabe, die man natürlich strukturell gut lösen kann und sich verwirklichen kann. Aber das steht da erstmal nicht mehr drauf. Die Anforderungen, die ist das erste große Problem. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt von KI Abstand nehmen, bedeutet ja eine Ersetzung nicht unbedingt geistige Ersetzung. Das ist jetzt nur der nächste Schritt. Darauf gehe ich deshalb ein, weil das betrifft mich schon seit Jahren, dass ich mit Menschen spreche, die sagen, die Roboter ersetzen mich. Und die werden jetzt immer weiter befähigt durch KI immer noch mehr Dinge zu ersetzen, von denen man vorher gedacht hat, das würde nicht gehen. Also wenn man ganz ehrlich ist, so etwas wie Google mit ihrem Roboter gemacht haben, dass man dem sagen kann, wirft diese leere Cola-Dose in den Müll und der findet sich im Raum autark zurecht. Das sind alle schwache KIs, keine Frage. Oder auch diese Klorreinigungsroboter. Ich meine, da muss ich jetzt tatsächlich sagen, das ist was, wo jeder sofort, also da fällt die Münze schnell. Okay, also das ist ja schön, dass der jetzt diese, dieser Putzfrau die Arbeit abnimmt, das finden die alle gut. Aber das hat ein sehr breites Spektrum an Ängsten, die da befeuert werden, die aber meiner Meinung nach trotzdem alle nicht groß gerechtfertigt sind. Weil einfach die Arbeitsbereiche dann an sich verschoben werden müssen. Klar, und du musst dir überlegen, das, worüber du gerade sprichst, das ist ja, wie wir sagen, Cutting Edge, das ist ja das, was wir in den Nachrichten lesen, was Leute publizieren. Und dafür, bis das jetzt dann wirklich mal in die Wirtschaft kommt. Das braucht ja Ewigkeiten. Das beste Beispiel ist ja Chat-GPT. Alle sprechen drüber, es gibt Studien, die zeigen, je nachdem, was du machst, bist du vielleicht sogar doppelt so schnell, Qualität geht sogar nach oben. Weißt du, normalerweise würde ich denken, dass Unternehmen, die komplett profitgetrieben sind, was sollten die machen? Die sollten jetzt alle ihre Pro-Version ihren Leuten geben oder ihr eigenes, internes Chat-GPT haben. Ich gehe viele Unternehmen rein, mache teilweise auch Trainings über Chat-GPT, meilenweit davon entfernt, dir das zu nutzen. Dabei ist es ein Werkzeug wie Excel, vielleicht mit einer Order auf Magnitude einfach viel besser. Der große Unterschied ist, wenn ich in Excel richtig gut werden will als Nutzer, dann brauchst du dich aber sehr viel Zeit reinstecken, sehr viel Training, weil ich muss ja lernen, wie ich Formeln schreiben kann. Das Gute ist bei Chat-GPT, ich benutze ja menschliche Sprache, das kenne ich ja, ich habe ein intuitives Verständnis dafür, trotzdem fällt es vielen noch schwierig, auch mit dieser Technologie umzugehen. Und ich frage mich, wie lange es dauert, bis es dann wirklich die Leute massenhaft im Unternehmen anfangen zu nutzen. Das stimmt. Die Zeit, bis das richtig genutzt wird, im Unternehmen, glaube ich, wird riesig sein. Ich glaube aber, die Entwicklung von dieser KI, wie sie gerade stattfindet oder diesen KIs in der Richtung, die wird deutlich rasanter sein. Und dann sind wir wieder bei dieser interessanten Frage, wie man so eine Diskrepanz da aufarbeitet. Ich weiß nicht, ob ich das vergleichen würde wie die Automatisierung des Webstuhls damals. Ob das vom Tempo her sich entspricht, dem würde ich sofort widersprechen und sagen, nee, wir sind schneller gerade unterwegs. Und ob es auch der gesellschaftlichen Größe, oder wie sagt man das, die Diskrepanz, die das gesellschaftlich auslösen kann, entsprechen könnte. Ich meine, es ging damals in kleinen Bereichen los und jetzt greifen ja die KIs schlussendlich die Menschlichkeit an. Ich weiß jetzt nicht, ob sie uns die Menschlichkeit angreifen. Angreifen ist jetzt sehr propagand formuliert. Ich glaube eher, ich sehe ja die große Chance letztendlich da drin, uns wieder viel menschlicher zu machen mit der künstlichen Intelligenz, da sie uns hilft. Viele der Aufgaben, die sehr repetitiv, die eigentlich nicht für uns geeignet sind, uns zu nehmen. Und wenn du mal überlegst, das finde ich ja super spannend, auch zu überlegen, so hey, wenn es theoretisch mal heißen würde, wir würden jetzt irgendwie, KI nimmt ganzen Aufgaben weg und wir arbeiten vielleicht nur noch 15 Stunden die Woche. Und stell dir mal vor, das klingt ja für viele komplett unvorstellbar. Es gab anscheinend schon mal eine Zeit, wo wir nur 15 Stunden die Woche gearbeitet haben. Es gibt einige Anthropologen, die glauben, damals, als wir Jäger und Sammler waren, haben wir nur 15 Stunden die Woche gearbeitet, um unsere Lebensunterhaltung, einfach unser Lebensstandard zu halten. Drei intensive Stunden am Tag oder sowas. Ja, und davon sind wir ja gerade meilenweit weg. Also wenn man sich das anschaut, seit den 18. und 70. Jahren haben wir im Durchschnitt, glaube ich, 60 Stunden gearbeitet. Dann sind wir irgendwann runter auf 38. Und jetzt sind wir ja wieder hoch auf 40 Stunden im Durchschnitt, die wir arbeiten. Ich glaube, in Amerika sogar wieder knapp unter 49. Ja, das ist ja verrückt. Und ich meine, wenn es irgendwie damals nach der SPD geht oder nach manchen Leuten, die wollen ja, wir haben ja großen Arbeitskraft, die wollen ja eher, dass wir wieder mehr als weniger arbeiten. Also da kann ich dir nur voll zustimmen. Da habe ich mich auch damit beschäftigt. Ich finde, die Frage nach der Arbeitszeit, die ist halt, zumindest diesen Gedanken müsste jeder verstehen, dass die Arbeitszeit nichts mit der Arbeitsproduktivität zu tun hat. Also wenn jemand in 15 Stunden das schafft, was ein anderer in 30 macht, warum soll der dann nicht 15 Stunden arbeiten? Aber der Gedanke ist danach, ja, dann macht er in 30 Stunden erst doppelt, aber genau das findet halt nicht statt. Weder kann der das körperlich aufrechterhalten, die Intensität bei der Arbeit, noch kann er die Motivation aufrechterhalten, von der er sich treiben lassen kann, oder weniger. Und ich glaube, es ist ja auch wichtig, sich heutzutage so ein bisschen die Frage zu stellen, wozu arbeiten wir? Und warum arbeiten wir? Und das kommt ja immer wieder so als Vorurteil dieser Gen Z, wo man sagt, die hat überhaupt keine Lust mehr zu arbeiten. Und wenn man sich anschaut, haben wir eigentlich so drei große Generationen. Die eine war vor den großen Weltkriegen oder währenddessen, die gearbeitet haben, um zu überleben, vor allem auch in der industriellen Revolution. Dann hatten wir sozusagen die goldene Generation, die nach dem Krieg kamen, die gearbeitet haben, um sich einen Lebensstandard zu erhalten. Und jetzt müssen wir eigentlich überlegen, ich meine, wir leben so auch so ein bisschen in dieser Shared Economy, wo viele Sachen umsonst sind. Ich meine, du kannst einen Streaming-Dienst hast du irgendwie umsonst, du hast in unserer entwickelten Welt viele Sachen umsonst. Du hast schon einen sehr hohen Lebensstandard und viele Sachen, die sich unsere Eltern leisten konnten, kann man vielleicht in unserer Generation als Otto-Normalverbraucher gar nicht mehr haben. Ich stelle mir sich vor, in der Stadt der Traum vom eigenen Wohnen, unmöglich für die meisten. und deswegen fragen sich wahrscheinlich die Leute zu Recht, wozu arbeite ich? Arbeite ich dann am Ende des Tages? Ich kann mir kein Haus mehr leisten. Warum soll ich dann jetzt 40, 50, und wir haben ja vorher darüber mal gesprochen, als wir hergekommen sind, ein Berater, der auch vielleicht mal 80, 90, 100 Stunden arbeitet. Wozu? Wozu am Ende des Tages? Also das Witzige ist ja, in so einer, wenn wir bei dem Beraterbeispiel bleiben, aber braucht man nicht, allgemein, wenn ich jetzt 80 Stunden arbeite, dann fange ich erstmal wieder an, Großteil von meinem vielen Geld, das ich vielleicht verdiene, dafür wieder auszugeben, mir Zeit zu schaffen. Dann brauche ich eine Haushaltshälterin, dann brauche ich jemanden, der mir meine Kleidung wäscht und so weiter, damit ich überhaupt noch eine Restzeit übrig habe. Und das sind ja auch gewisse Studien, die es gibt, die dann zeigen, je mehr Geld man dann verdient, irgendwann fängt man nur noch an, Geld dafür auszugeben, um sich wieder Zeit zu beschaffen. Auf der anderen Seite könnte man einfach von vornherein mit weniger Geld wunderschön viel Zeit haben und sich sein Leben wunderbar gestalten mit diesem Hintergedanken, dass ich glaube ab 70.000 Euro Jahreseinkommen sowieso das Glück nicht mehr zunimmt und davor ist die Kurve schon saumassig flach. Also man ist mit wesentlich weniger Geld fast genauso glücklich wie mit viel, viel, viel mehr. Ja, und dann will man eher mehr Zeit haben, die man sich auch darauf haut. Diese Zeit, die ist natürlich unbezahlbar. Das finde ich auch einen wichtigen Aspekt, was auch die Zukunft betrifft, warum es eigentlich schön ist, wenn KI oder eine Automatisierung uns ersetzen würde, dass man nicht unbedingt dann unseren Arbeitsplatz verlieren, sondern eigentlich Arbeitszeit verlieren, in Anführungszeichen, auf der anderen Seite Zeit gewinnen. Also wenn dann ein Roboter kommt, wieso nicht einfach für dasselbe Geld nur 20 Stunden? Ja, also ich glaube, wir müssen halt einfach davon weg, zu glauben, dass wir so viel arbeiten müssen und ich meine, wir als Gesellschaft sind gerade irgendwo, dass wir uns sehr stark über die Arbeit definieren und da bin ich ja auch selbst mit eingeschlossen, dass wir uns definieren und ich weiß, wie schwierig das ist, da rauszukommen. Also sich mal manchmal irgendwie bewusst irgendwie freizunehmen oder mal rauszukommen, ist gar nicht immer immer so einfach. Das ist aber auch die Frage, was dann deine Arbeit definiert oder ob die Arbeit dich definiert und die eine Vorgabe ist oder ob du dich selber auch als Teil deiner Arbeit definierst. Ja. Je nachdem, was man treibt und was man macht, ist es ja anstrengend oder nicht anstrengend. Das ist ja auch ein gewisser Unterschied. Aber im Prinzip stimmt es natürlich. Diese Gesellschaft, in der wir gerade leben, die definiert sich, leider Gott ist es sogar nicht nur durch Arbeit, sondern sogar durch Arbeitszeit. Jemand, der ein Aushängeschild trägt, ich arbeite 60 Stunden, der wird irgendwie bewundert aus irgendeinem Grund. Ja. Wohl wahrscheinlich das Gegenteil der Fall ist. Ich kann auch nicht genau erklären, warum das so entsteht, weil eigentlich hat man eine Zeit, wo wir 60, 70 Stunden gearbeitet haben. Vor Henry Ford haben die Leute 15, 16 Stunden am Tag gearbeitet. Da war es normal. Und dann kam Henry Ford und die haben auch 6 Stunden, also 6 Tage die Woche, 16 Stunden gearbeitet. Und dann kam Henry Ford und sagt, du arbeitest 5 Tage die Woche und nur 8 Stunden am Tag. Und alle haben gesagt, du sehen, das geht komplett in die Hose, dein Experiment. Und genau das Gegenteil war der Fall, aber der hat das natürlich nicht, also der hat das nicht altruistisch angetrieben gemacht, sondern der hat natürlich davor Studien angestellt und einfach gemerkt, dass er so sehr produktiv, die Vität im Mensa erhöhen kann, weil wir Menschen einfach deutlich produktiv sind. Ja, und ich finde es generell spannend. Ich meine, man sieht es ja immer wieder, dass wenn uns teilweise auch harte Zahlen und Fakten präsentiert werden, wie wir lieber zu den Geschichten bleiben, die wir uns seit Ewigkeiten erzählen und wie schwierig es ist, einfach so alte Geschichten auch wieder aus dem Kopf zu bekommen und wie wir zum Beispiel auch immer wieder kämpfen, so alte Stigmata, die es zum Beispiel gibt, wieder, wieder, wieder aufzusammeln. Und deswegen, das ist ja auch wieder, dann geht es wieder zum Punkt zurück, wie schädlich auch so Falschnachrichten sein können. Also diese, zum Beispiel dieses eine Papier, das da mal rausgekommen ist, das irgendwelche Impfungen Autismus verursachen, wo ja gezeigt wurde, dass das auf nichts gefußt ist, das wird ja immer noch 30 Jahre später immer noch zitiert und das ist eines der größten Argumente und das ist so schwierig, sowas rauszubekommen und wir haben immer mehr Schwierigkeiten zu erkennen, was ist wahr und was ist nicht wahr. Ja, und manchmal ist es auch vielleicht gar nicht so einfach. Ich weiß aber nicht, ob das einfach zu lösen das Problem ist. Ich meine, das sind ja diese Meme, diese Gene, die sich quasi im Geist fortsetzen. Wenn sich sowas vererbt hat, wie jetzt zum Beispiel dieses Papier über Autismus aufgrund von einer Impfung und das glauben einfach, es glaubt eine groß genuhe Menge dran, dann wird sich dieser Gedanke fortpflanzen und fortpflanzen und fortpflanzen. Da muss man sich eigentlich überlegen, was es da für Möglichkeiten gibt, so einen Gedanken rauszubringen, aber dann stehen wir vor einer riesigen Frage, auch vor einem Problem, wo auch die KI davor steht, meiner Meinung nach, die nennen das bei der KI mal alleine. wo sind die Grenzen, was ist gut, was ist schlecht, was ist falsch, was ist wahr. Das ist halt auch irgendwann in der Grauzone behaftet. Jetzt fällt es einem leicht zu sagen, Mensch, also dass jetzt diese Impfung Autismus auslöst, das wird dann doch sehr, sehr unwahrscheinlich sein. Es fällt einem leicht zu sagen, wenn man jetzt vielleicht naturwissenschaftlich angekauft ist, es gibt andere Themen, da fällt es einem deutlich schwerer, eine Aussage zu treffen. Da liegt man im Graubereich. Ja, ich meine, ich habe ja auch Philosophie studiert und es gibt ja ganz viele von diesen Ford Experiments, wo es einfach nicht einfach ist, zu sagen, was ist denn jetzt das richtige Verhalten in dem Moment und wie sollte ich mich verhalten? Und ich meine, bei diesem sozusagen Alignment-Problem geht es ja darum, generell auch, wie kann ich KI und das geht auch vor allem dann später darum, diese Szenarien, wenn man irgendwann Superintelligenz hat, also eine KI, die sehr viel schlauer ist oder sein könnte als wir, wie wir sicher gehen können, dass die Sachen macht, die in unserem besten Interesse sind, wo wir wissen, dass wir ja zum Beispiel bestes Interesse nicht immer definieren können. Also wir fragen uns ja, so eines der bekanntesten Probleme ist ja, oder in der Philosophie, wo wir drüber sprechen, sind wir Menschen, die jetzt zum Beispiel Glück maximieren und dann könnte man ja sagen, das könnte eine Maschine geben, die uns die ganze Zeit irgendwie an Dopaminschuss absetzt, Dopaminschuss absetzt, dass es immer auf dem Maximumniveau ist und wir glücklich sind, aber da würde auch jeder sagen so, nee, das ist ja nicht, dass wir sich ein erfülltes Leben vorstellt. Das ist natürlich total interessant, da geht es ja um den Sinn des Lebens am Ende, was den Menschen glücklich macht oder was das eigene Streben definiert und nicht definiert. Ich meine, das ständige Glück ist für niemanden erstrebenswert. Jetzt ist es mit dem Dopaminschuss, würde auch gar nichts bringen. Da gibt es ja genug Ratten-Experimente, wo dann irgendwann zeigen, dass die Ratte völlig krepiert, zugrunde geht, die frisst sich zu Tode oder die bringt sich um damit. Das ist auch für den Körper nicht gesund und das ist auch nicht die Art und Weise, glaube ich, wie unser System hier oben funktioniert. Das ist ja eine Waage. Man sagt ja nicht umsonst, wo Glück ist, muss auch Unglück sein. Ich meine, wir sind ja auch nicht mal rational, wie wir die Entscheidung treffen können. Wir treffen viele Entscheidungen, die langfristig uns gar nicht glücklich machen und das für uns auch gar nicht absehbar ist. Und vielleicht ist hier KI ja eine Chance, weil wir sehen, es ist einfach alles so komplex, es ist dieses systemische Denken. Wir sehen das ja gerade in Sachen mit Klimawandel, was eine oder dieser berühmte Butterfly-Effekt, der da hinkommt, der Reissack, der umfällt und dann ein Orkan in China auslöst. Das kriegen wir ja gerade mit, wie sehr alles miteinander verbunden ist und wir lernen ein Stück weit wieder uns und unsere Natur auch näher kennen und das berührt einfach auf sehr viel Daten und ist komplex. Komplexer als wir Menschen ist mit unserem Kopf alleine in der Lage sind, uns vorzustellen und diese Verbindungen zu verstehen. Und das geht teilweise auch nur dann nur noch mit künstlicher Intelligenz und da wieder dieses Verständnis dafür zu entwickeln und dann natürlich auch die richtigen Entscheidungen basierend darauf zu treffen. Weil, ich meine, eigentlich so das Wichtigste, was uns passiert oder was bestimmt, wo wir in der Zukunft landen, sind zwei Sachen. Das eine auf der einen Hand ist Glück und das andere ist die Qualität der Entscheidungen, die wir treffen als Individuum, als Menschheit. Glück können wir nicht beeinflussen, nicht wirklich wenig beeinflussen und aber die Qualität der Entscheidungen, die wir treffen, das ist etwas, was wir beeinflussen können und dafür müssen wir auch verstehen und da ist zum Beispiel keine KI helfen, komplexe Beziehungen zu verstehen und uns auch bessere Entscheidungen zu treffen in der Zukunft für viele Sachen, wie wir Sachen machen sollen oder agieren sollen. Da kommen andere philosophische Aspekte dazu beim Entscheidungstreffen. Da muss man sich erst mal fragen, haben wir überhaupt die Fähigkeit, unsere Entscheidungen zu beeinflussen? Gibt es einen freien Willen? Ganz profan gefragt. Dann kann man das wieder auf eine KI übertragen. Es stellen sich auch schnell die Fragen, was ist jetzt mit einer KI, die mich darum anbettelt, nicht ausgeschaltet zu werden? Hat die ein Menschenrecht, jetzt hier weiterdenken zu dürfen? Wenn sie denn denkt, wenn sie vielleicht mal einigermaßen generell ist oder vielleicht ununterscheidbar ist für mich von einer menschlichen KI, da wird es durchaus schwer. Deswegen finde ich den Begriff, eine qualitativ hochwertige Entscheidung zu treffen, gar nicht einfach. Es ist überhaupt nicht einfach. Es ist ja nie einfach. Oder nie. Wie würde ich das definieren? Gibt es dann eine Rahmenbedingung für eine hochqualitative Entscheidung? Ja, also ich glaube, wichtiger ist oftmals, wenn du dir überlegst, oftmals ist es ja bis zu einem gewissen Punkt, umso mehr Informationen man hat, die man zu Rate ziehen kann, umso besser sollte eigentlich die Entscheidung sein, die du treffen kannst. Wir merken, wir als Menschen, wir sind ja immer noch ein sehr emotional getriebenes Wesen, was auch schön ist. aber merken, dass rational gesehen viele Entscheidungen vielleicht gar nicht so gut sind. Ich meine, ich sehe das ja ganz viel, wenn Leute irgendwie sich dafür entscheiden, obwohl sie es wissen, dass die Beziehung, die sie jetzt irgendwie seit zum zehnten Mal wieder anfangen und versuchen, dass es geht und ihnen alle außen stehen und sagen, hey, das weißt du doch selbst, lass es gut sein und dann wieder diese Entscheidung treffen und wieder zurück zur gleichen Person gehen, obwohl dir das auch jeder sagen kann und dir wahrscheinlich auch unterbewusst, du dir vielleicht auch weißt, dass es nicht die richtige Entscheidung ist, die dir langfristig Glück bringt. Aber es gibt einfach sehr, sehr viele Beispiele, wo es halt nicht so ist und vielleicht müssen wir da auch das zu weiter übergeben. Ich finde es zum Beispiel sehr spannend, ich meine, wir erleben das ja gerade auch mal bei vielen politischen Entscheidungen, dass die nicht unbedingt rational das sind und da geht es wieder zu diesem Punkt, woher basieren sehr viel auf den Geschichten, die wir uns erzählen und gar nicht mehr zu überlegen, okay, was ist jetzt die Linse drauf, macht das überhaupt wirklich Sinn, schau dir das doch mal an. Also wie verpönt zum Beispiel jetzt Cannabis war und wie schwierig ist es wieder zu legalisieren, obwohl man die ganzen Studien haben, die alle sagen, hey, Cannabis ist lang nicht so schlimm, wie Alkohol ist. Warum ist Alkohol erlaubt, warum ist zum Beispiel Cannabis nicht erlaubt? Das basiert auch nur auf irgendwelchen Glück-Unglück-Geschichten, die irgendwann erzählt worden sind. Es gibt da keinen großen Grund, die beiden Sachen jetzt aufzuwiegen. Man kann für das eine und für das andere argumentieren, aber schlussendlich sind es beides, wenn man das unter dem Begriff weiche Droge fallen lässt, gehören die beiden sicher dazu. Das eine in die eine Richtung mehr, das andere in die andere Richtung mehr, vom einen wird der Typ Mensch abhängiger, vom anderen wird der andere Typ Mensch abhängiger. Keine Ahnung, gibt es viele Graubereiche über das gesamte Spektrum hinweg, wie überall ist es ein Spektrum. Aber die Entscheidungen, die erst getroffen werden, sind halt oftmals eher weniger rational, sondern oftmals politisch, emotional und menschlich und vielleicht auch gar nicht so gut für alle Leute. Das ist aber ein Punkt, der faktisch immer mehr wird in der Politik, so wie ich es wahrnehme. Es geht da immer um Geschichten. Und zwar werden die Geschichten auch so ausgenutzt, dass eine neue Geschichte, die vielleicht Aspekte aufgreift, die überhaupt nichts mehr mit der Realität zu tun haben, viel intensiver wahrgenommen werden, weil sie vielleicht einfacher sind. Einfach, weil die Geschichte einfacher ist. Weil man vielleicht einen einzelnen Schuldigen hinstellt oder irgendeine einfache Geschichte strickt. Oder weil sie meinen Glauben anspricht. Oder weil sie meinen Glauben anspricht. Aber es ist nicht einfach. Und es reicht nicht, an irgendwas zu glauben. Das Leben ist nicht einfach. Und das Schwierige, was ich halt jetzt sehe, und das wird auch wieder natürlich verstärkt, und dann geht es wieder zum ersten Punkt zurück, ist, ich meine, wir waren erstens noch nie so in Zweit wie jetzt. Wir haben nie so viel Misstrauen gehabt. Aber es gibt auch noch nie, ich habe das noch nie so erlebt, dass sich Lager so gegenseitig angreifen. Schau dir das an in der USA, wo es vielleicht noch viel extremer ist. Aber ja auch hier. Was hier passiert wird, ist, wir merken gerade auch gerne irgendwie in dem politischen Entstehen. Schauen wir lieber drauf, was uns voneinander trennt oder was wir nicht gleich haben, als irgendwie die gemeinsame Schmittmenge zu erkennen. Und ich meine, das ist ja die große Herausforderung. Jetzt gerade treffen wir ja Entscheidungen meistens immer für eine Allgemeinheit. Und die große Chance mit künstlicher Intelligenz ist, dass du eigentlich auch Sachen personalisieren kannst. Ja, also im besten Fall möchte ich ja zum Beispiel, ich meine, viele Studien, die wir gemacht haben, wie es darum geht, Medikamente einzunehmen, ist ja auf einem Durchschnitt von den Leuten. Und Medikamente, die vielleicht gut sind für einen Mann, wirken nicht so gut wie bei einer Frau oder bei kleinen Kindern. Und hier kann zum Beispiel KI helfen uns verstehen, was macht mich aus, vielleicht so einen digitalen, wie so einen digitalen Zwilling von mir zu erstellen und da die Sachen erst auszuprobieren, um festzustellen, wie agiere ich denn? Stell dir das mal einfach nur vor für die Politik. Stell dir vor, für jede Person oder Personengruppen einen digitalen Zwilling zu haben und zu überlegen, okay, was wird jetzt der Effekt auf deren Entscheidung, auf diese Person sein und ist das wirklich gut oder nicht gut? Und dann könntest du Entscheidungen, bevor du sie triffst, könntest du sie eigentlich erst mal ausspielen und du könntest sie nicht nur einseitig ausspielen, sondern könntest das Feedback von dieser Gruppe oder von dieser Person, die ja dann zum Beispiel... weiter feinjustieren. Das sind traumhafte Gedanken, da kann ich dir nur zustimmen, aber da stößt man auf diese Redewendung vom Gleis an den Menschen und jeder hat Angst davor. Kann ich persönlich nicht nachvollziehen, weil die Daten, die ich habe, die ich preisgebe, die sind eh vorhanden. Also man kommt da ran, aber plötzlich ist es schlecht, wenn jemand meine Adresse kennt, ein Unternehmen. Und warum ist es schlecht? Wenn man da mal Gedanken dazu gemacht hat, eigentlich gibt es nur einen Punkt, der die Leute daran stört. Und so wurde ja auch dieses Gesetz mehr oder minder formuliert, dass jemand Geld mit deinen Daten macht. Davor hat das niemanden interessiert. Also das Interesse war deutlich geringer dran, was jemand mit deinen Daten macht und mit deiner Adresse, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann klar wurde, wo Google und Amazon aufgetrumpft haben und gezeigt haben, wie viel Kohle sie damit machen, personalisierte Waffung zum Beispiel zu zeigen. Und plötzlich waren die Daten Badekohle werden und plötzlich war jeder der gläserne Mensch und hat sich betrogen fühlt vor allem und Geld betrogen. Klar, weil ich in der Lage bin und deswegen funktioniert das ja so gut. Aufhand deiner Daten kann ich dir, und das hat ja zum Beispiel damals dieser, daher kommt ja auch GDPR und die Hintergrundgeschichten mit solchen Fällen wie Cambridge Analytica, dass ich jetzt in der Lage bin und das ist ja das, was passiert ist, anhand der Daten sehr genaue Psychogramme von dir zu erstellen, besser vorherzusagen, wie du auf gewisse Sachen zum Beispiel reagieren wirst, wie zum Beispiel deine Frau oder deinen Partner, den man hat und das dann natürlich gezielt ausnutzen kann, um Leute zu manipulieren in eine Entscheidung, die zugunsten der Person fällt, die am meisten dafür zahlt. Wenn du dir überlegst, wieder jetzt, und das ist ja der große Punkt, wo man auch sagt, so hey, bei Wahlen will man vielleicht nicht KI einsetzen, ich kann mir ja genau überlegen, von den Leuten gibt es ja Wähler, wo ich weiß, die werden auf jeden Fall in Bayern die CSU und die Leute wählen auf jeden Fall die Grünen, da kann ich jetzt irgendwie nicht mehr viel dran rütteln und die dran verändern, aber dann gibt es ja, in Amerika heißen die so die Swing Voter, diese Leute, die zum Beispiel unentschieden sind und die kann ich dann vielleicht sehr gezielt mit verschiedenen Nachrichten befeuern, ja. Der eine ist vielleicht irgendwie schon Anhänger von der CSU, aber kein Fan vom Söder und dann kriegt er halt irgendwie ganz viele Nachrichten eingespielt, wo der Söder irgendwelche Fehler macht oder sowas und dadurch trennt er sich von der Partei und will lieber woanders hingehen und das wären so Arten, wie man sehr gezielt, ja, sowas beeinflussen kann und ich glaube, das will man einfach nicht haben, das ist einerseits und andererseits, man will schon auch das Recht haben, wenn jetzt von einem Daten genutzt werden, dass die auch wieder vergessen werden und dass du auch wieder ein Recht drauf hast, vor allem wenn Entscheidungen getroffen werden, basierend auf Daten von dir, die jetzt zum Beispiel entscheiden, bekommst du einen Kredit, bekommst du keinen Kredit, wirst du zum Jobgespräch zugelassen, weil mittlerweile geht ja auch KI über die ganzen Jobdinger drüber und das wird ja alles irgendwie vorautomatisiert und da steht ja auch eine KI vor und eigentlich wirst du schon auch die Möglichkeit haben zu wissen, wenn da deine Daten genutzt werden, ja, warum werden solche gewissen Entscheidungen getroffen und da steht zum Beispiel auch viel hinter dem KI-Act, dem AI-Act, der jetzt gerade ja auch in der EU eigentlich diskutiert würde und jetzt am Ende des Jahres da jetzt wahrscheinlich der dann auch so verabschiedet wird. Das kann ich verstehen. Es gibt also noch mehr Gründe, ein Recht aufs Vergessenwerden. Aber ja, letztendlich, was ich sage, wenn jemand meine Informationen haben will, ob ich sie preisgebe oder nicht, ich meine, die Mittel gibt es, um für mich Gläsern darstellen zu lassen. Also wenn wirklich jemand kriminelle Energie darin verbringen will. Das ist ein leichtes, das zu erreichen. Das ist wirklich ein leichtes. Also in Anführungszeichen ein leichtes, aber wenn jemand mit finanziellen Mitteln, wie sie vielleicht vorhanden sind in einer größeren staatlichen Einrichtung das versucht, das ist völlig. Und deswegen muss man, glaube ich, hier auch nochmal unterscheiden. Das eine, was man mit Regulatorik machen kann und da versucht man natürlich die Rahmenbedingungen zu schaffen, aber die andere Seite ist, wie kann man so eine Technologie oder was ist die Gefahr von einer Technologie, diese aktiv zu missnutzen. Du kannst dir ja vorstellen, in einer Gesellschaft brauchen wir, da haben wir 100 Leute, die gut miteinander zusammenleben. Es braucht nur eine Person zu kommen und die dieses Gefühl gestört und die ganze Gesellschaft steht vor großen Herausforderungen. Eine einzige Person. Das stimmt. Und diese einzige Person, diese einzelne Person, die hat mittlerweile deutlich mehr und stärkere Mittel an der Hand, das zu erreichen, jemanden gezielt zu beeinflussen, wie sie es noch vor 30, 40, 50 Jahren hatte. Andersrum gesprochen, aber genauso. Es gibt auch die Gegenseite, die das natürlich genauso nutzen wird. Und das lässt sich auch die Menschheit so indifferent wirken gerade. Es ist ja unglaublich schwer, irgendwelche Meinungsbilder noch zu erfragen oder dass irgendjemand überhaupt noch ein Meinungsbild abgibt, schon mal fast eine seltene Aussage. Die meisten ist klar mittlerweile, dass sie in der komplexen Welt sowieso überwältigt sind von den ganzen Meinungen und Tatsachen, die sie haben sollen oder die sie widerspiegeln sollen oder nicht widerspiegeln sollen oder nicht haben sollen. Auf der anderen Seite. Ich glaube, das hat sich auch deutlich geändert gegenüber, gehen wir mal 50 Jahre zurück, wo man eine Zeitung gelesen hat. Da gab es eine gewisse Grundwahrheit am Tag in der Früh und mit der ist man dann erstmal einen Tag gezogen und hat sich dann mit der beschäftigt in seinem kleineren Umkreis, so wie du es vorhin aufgriffen hast, in seinem kleineren Menschenumkreis und hat das dann diskutiert. Das heißt, da kam ein äußerer Einfluss, den man gemeinsam erstmal bearbeitet hat und nicht 10.000 äußere Einflüsse, die man in so einer Riesengruppe überhaupt nicht mehr bespricht, weil es gar nicht möglich ist, weil von der Riesengruppe eigentlich nur noch mehr Einflüsse auf einen Einströmen. Und am Schluss ist man ja indifferent dem gegenüber, weil zu viele Strömungen, zu viele Meinungen eigentlich extrem schwierig. Ich glaube auch, dass wir in einer sehr spannenden und herausfordernden Zeitalter unserer Menschheit gerade sind und sehen werden, welche Richtung wir mit Technologie nehmen werden und was unsere Rolle ist, die wir dabei einnehmen. Weil wir waren ja schon immer Mensch, der Werkzeugmacher, der Werkzeuge gebaut hat und vielleicht ist es unsere Rolle, einfach nur das nächste Werkzeug zu bauen und mit KI da irgendwie den nächsten Schritt der Evolution zu gehen. Genau, da geht es auch um Evolutionsstufen. Das ist ja auch, viele sprechen darüber, dass es vielleicht die nächste Evolutionsstufe ist, was ja heißen wird, dass wir vielleicht abgeschafft werden oder sowas. Mich treibt das in einem anderen Beispiel ein bisschen um, weil du vorhin auch von diesen generativen KIs gesprochen hast. Ich habe meine KI im ersten, meine KI sage ich, aber das ist das, von was ich erzählen will, meine Frau im ersten Jahr über Skype, damals war Skype kennen, quasi nur per Video-Chat, es war schon mal ein Video dabei, es wäre wahrscheinlich auch ohne Video gegangen, vermutlich, ich weiß nicht genau, aber es wäre erzeugbar. Also die Qualität war beschissen, Internet war noch nicht so gut und so weiter. Und an der Stelle muss ich ehrlich gestehen, wenn man das jetzt eine KI so reproduziert hätte, quasi nicht ausschließen kann. Es kann jetzt in dieser Zeit jetzt nicht mehr kategorisch ausschließen, also vielleicht braucht es nur zwei, drei Jahre, vielleicht braucht es einen GPT-6 oder 7, das noch emotionaler reagieren kann oder was auch immer. Aber das war reine Kommunikation, das quasi eine Emotion in mir aufbaut hat oder eine Bindung erzeugt hat. Und an der Stelle wird es ja dann doch deutlich, dass es mit dem Gespräch über KI nicht nur darum geht, dass wir irgendein Mittel zum Zweck schaffen, ein Werkzeug haben, sondern tatsächlich vielleicht irgendeine Persönlichkeit. Ich meine, wir gestehen ja unglücklicherweise Tieren nicht so viel Bewusstsein zu, wie wir uns Menschen zugestehen. Es gibt genug Beispiele oder es gibt gute Studien darüber, Schweine sind ziemlich genauso intelligent wie Hunde. Hunde werden aber deutlich humaner behandelt als Schweine im Durchschnitt. Und das finde ich, das muss man dann auch wieder in Retrosperspektive auf den Menschen beziehen und diesen ganzen Menschen eigentlich deutlich. Der Mensch muss sich zurücknehmen. Auch seiner Natur gegenüber, das steckt ja auch in dem, was wir mit dem Klimawandel machen müssen. Wir sind Teil von unserer Umwelt. Die Umwelt teilt unser Dasein mit uns und wir haben die Möglichkeit, irgendwie ein Leben da drinnen zu führen, indem wir den Eindruck haben, einen freien Willen zu haben, glücklich sein zu können und all die Dinge zu tun, die ein gutes, ein erfülltes Leben auszeigen. Die Frage ist, ich meine, schaffen wir das? Also können wir uns hier unserer Natur widersetzen? Ich meine, wenn wir uns unsere Gesellschaft anschauen, dann sehen wir ja schon auch, dass wir hoffentlich irgendwie friedfertiger werden und dann kommt natürlich auch immer wieder sowas wie der Krieg und das haut uns dann wieder so ein bisschen zurück. Und dann frage ich mich manchmal, gehört das vielleicht auch zu unserer Natur und wo das hingeht? Glaubst du, das gehört zu unserer Natur? Ich meine, wenn du dir überlegst, wir sind die blutrünstigste Spezies, die es überhaupt auf dem Planeten gibt. und was wir uns gekloppt haben und Blut geflossen sind und was wir zu anderen machen. Viele sagen, wir waren ja früher viel blutrünstiger. Irgendwie persönlich nehme ich das zum Teil ein bisschen umgekehrt wahr, wenn ich ganz ehrlich bin. Na klar, im Mittelalter war man noch blutrünstig den eigenen Menschen gegenüber, aber die Blutrünstigkeit, was wir jetzt mit diesen industrialisierten Eierproduktionen und Fleischproduktionen unserer Umwelt quasi aufdrücken, das ist um, ich weiß nicht, da geht es um Versklavung ganzer Spezies, blöd gesagt. Und zwar harter Versklavung, die kommen dann nochmal raus, es werden Hühner gezüchtet ohne Flügel, damit die mehr Energie in die Eier stecken können und nicht so viel Energie im Flattern vergolden und lauter so ein Zeug. Was ist denn das noch? Das ist mehr als Blutrünstig. Das ist vielleicht sogar die nächste Stufe. Und ich meine, in der idealen Welt würden wir irgendwo leben, wo wir wahrscheinlich alle in Überschuss und zufrieden und ohne Konflikt miteinander leben, aber auch für andere Spezien. Und da sind wir noch nicht. Und die Frage ist, ob wir da überhaupt hingekommen. Ich meine, das Schlimmste, was dem Planeten oder jetzt gerade passieren konnte, theoretisch, oder uns auch passieren konnte, ist, dass wir intelligent geworden sind und vom Baum gestiegen sind sozusagen. Ich meine, damit hat es angefangen. Und die Frage ist halt, du siehst es jetzt gerade, schaffen wir es? Werden wir es schaffen, Entscheidungen zu treffen, die uns als Menschheit helfen werden? Oder werden wir es nicht mehr rechtzeitig schaffen und dann irgendwann von irgendwas überrollt werden, wie von einem Klimawandel, der uns als Menschen vernichtet wird, wie ein Asteroid, der einschlagen wird, weil wir uns einfach nicht koordinieren können? Und ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass es uns irgendwann als Menschheit nicht mehr geben wird, die ist sehr groß, wenn du es dir überlegst. Irgendwann wird die Sonne ausbrennen. Wahrscheinlichkeit steht erstmal bei 100 Prozent, weil, wie du sagst, irgendwann geht es eh zu, zumindest sagen, dass die wissenschaftlichen Theorien voraus, dass wahrscheinlich irgendwann die Planeten nicht irgendwann zu verlassen, dann werden wir es auf jeden Fall nicht schaffen. Unsere große Chance ist halt so, also ich kann mir vorstellen, dass wir uns als Menschheit vielleicht einfach zu blöd anstellen und schon uns irgendwie vorher dahin raffen oder verschiedene Sachen nicht machen können, dass wir jetzt irgendwie zum Beispiel nicht schaffen, dass Klimawandel so extrem wird, dass der Planet nicht mehr bewohnbar wird. Könnte alles passieren, wir wissen einfach nicht, wo es hingehen könnte und dass das vielleicht von uns gesteuert werden kann. Und wir machen uns gerade Gedanken darüber, ob KI für uns irgendwann in der Zukunft eine Gefahr darstellt, ohne zu wissen oder ohne zu überlegen, hey, das kann vielleicht die größte Chance überhaupt sein, weil gerade, glaube ich, die größte Gefahr, die wir darstellen, sind wir selbst. Aha, das stimmt. Dem kann ich nur zustimmen. Was ja bedeuten würde, dass es KI irgendwie schaffen müsste, die Menschen zu verändern. Zumindest, ich sage mal, die Meme, das Gedankengut der Menschheit zu beeinflussen, was er auch kann. Das hat sehr mehr als eindrucksvoll bewiesen über die letzten Jahre. Aber dann müsste man ja dann auch dieser höheren Intelligenz gewissermaßen an Teilverantwortung übergeben, weil es wir nicht auf die Reihe kriegen. Ja, wir machen das die ganze Zeit. Wie laufen wir irgendwelchen herzlosen Führern hinterher, nur weil sie sehr laut schreien? Also wir kennen das in der Geschichte, gibt es mehr Leute, die Leute hinterherlaufen, als sonst was. Wir Menschen sind dafür geschaffen, theoretisch teilweise Kontrolle abzuwenden. Ganz ehrlich, wenn eine KI sich geschickt anstellt, dann wird die kein tyrannischer Führer, der auf Unterdrückung oder schlechten Gefühlen basiert, sondern die erzeugt genau das Gegenteil. Und das ist vielleicht dieses Leben im Überfluss, in Anführungszeichen. Ich glaube, ein Leben im Überfluss ist überhaupt nicht erstrebenswert. Und ich meine, das ist allein mein Problem. Und das sagt ja zum Beispiel, die Bild-Zeitung schreibt ja darüber, wird KI die Weltherrschaft übernehmen? Die spricht ja von dieser Superintelligenz. Und was ich immer sage, ist so, ja, wir haben Angst davor. Ich sage immer so, es gibt ganz viele Szenarien, die jetzt ohne KI sind, wo die Menschheit ausgelöscht werden wird. Könnte Klimawandel sein, könnte so ein nuklearer Fallout sein, könnte ein Asteroid sein. Sehr wahrscheinlich. Und die sind, ja, das kann alles passieren. Wir bereiten uns darauf vor. Ich meine, wir durchsuchen das Weltall. Und wenn ein Planet kommt, dann versuchen wir, vielleicht kennt ihr ein paar Leute in dem Film Armageddon, dann versuchen wir vielleicht, den Komet zu sprengen und so weiter. Also es gibt überall so Szenarien, die wir machen können. Großer Unterschied bei künstlicher Intelligenz ist, wir wissen auch erst mal nicht, ob wir überhaupt da hinkommen an Superintelligenz. Und wir wissen nicht mal, ob das was Positives ist oder Schlechtes ist. Also es kann ja natürlich beides sein. Es kann ja sein, dass wir auf einmal diesen, dass wir KI sozusagen versklaven können und die dann in unserem Interesse dient und wir wirklich im Überschuss lebt. Ja, oder ob KI uns auslöscht, ob sie das will oder nicht. Also es gibt viele verschiedene Szenarien. Wenn jetzt der Mensch anfängt, KI zu kontrollieren, dann nehmen wir mal den idealen Fall an, dass er die wirklich kontrollieren kann. Dann gäbe es einen und das ist eigentlich auch schon schlecht, aber der würde sagen, mach das Beste für die Menschheit. Mach alle Menschen glücklich, vielleicht konkreter formuliert, also formuliert irgend so ein Ziel. Ja. Und dann läuft die los und es kann keiner mehr verstehen. Ja, und das ist das Problem und das ist, was wir das Alignment-Problem nennen. Weil wir dann nicht genau wollen, das Ziel sollte vielleicht irgendwann sein, so hey, hilft der Menschheit, aber hilft der Menschheit jetzt zum Beispiel nicht, indem du die Hälfte der Menschheit auslöscht, damit die andere Hälfte der Menschheit besser leben kann oder indem du allen jetzt irgendwie ständig alle halbe Stunde so eine Dopamine spritzt. Und das ist, was wir praktisch dieses Alignment-Problem nennen. Mach es geschickter, lass die Menschheit erst mal sich zur Hälfte selbst ausrotten und dann greife erst ein. Keine Ahnung, das kann ja vielleicht tatsächlich eine Voraussetzung sein für eine Utopie, die man in der KI formuliert, die sie umsetzen. Es gibt auch Leute, die sagen, wenn KI uns wirklich so vielleicht in der Lage ist, also wenn KI auch das Interesse hat, uns Menschen vielleicht in so einer Menschheit oder auch auszunichten, warum sollte die uns das erzählen? Warum sollte die das nicht so machen, dass wir überhaupt... Die sind eh zu blöd, lass die laufen. Ich schalte mich 3000 Jahre ab. Ich glaube, es gibt so einen Doomsday-Forscher, ich weiß nicht, ist das ein Schwede, mir fällt der Name jetzt auch nicht genau ein, aber der hat mal eine Wahrscheinlichkeit berechnet, dass die Menschheit noch 1000 Jahre existiert und der ist da bei einer schlechten 50-50-Chance gelandet. Einfach aufgrund aller Möglichkeiten, die es da gibt, von denen eine große Gefahr tatsächlich KI ist, weil es auch so ungewiss ist. Es gibt da natürlich einen großen Ungewissheitsfaktor, den das Ganze mitbringt. Was aber die Befürchtung, die ich da immer sehe oder habe, ist das, dass man das Potenzial gar nicht ausschöpfen, versuchen werden, sondern uns damit beschäftigen, das zu unterdrücken und zu ignorieren. Also einzelne Menschen nicht, aber die Großheit der Menschheit ist viel zu unsicher. Das ist so etwas wie, da sind wir wie im Mittelalter. Oh Mann, die Hexe, die kann jemand heilen. Das ist was Gutes, aber das ist immer unheimlich. Ja, aber das ist eigentlich, wir brauchen genau den anderen Ansatz. Ich glaube, damit wir es schaffen, eine Technologie zu entwickeln, die uns wirklich hilft als Menschheit und nicht nur als Menschheit, sondern vielleicht als Ökosystem Erde, glaube ich, ist es extrem wichtig, dass wir aktiv über solche Technologien sprechen und überlegen, wie kann man sowas aufbauen, dass es funktioniert. Und da geht es darum, Ängste abzubauen und dafür zu sorgen, dass solche Diskussionen nicht von Programmierern geführt werden, sondern die Leute informiert sind, die in der Gesellschaft zu führen. Und eines, was ich ja auch versuche, möglichst viel zu machen, wenn ich mit Leuten zu spreche, die Leute zu inspirieren, weil ich glaube, umso mehr und diverser die Menschen sind, die sich mit verschiedenen Problemen auseinandersetzen oder Herausforderungen, nennen wir es Herausforderungen, umso wahrscheinlicher ist es, dass wir eine Lösung finden. Und alles, was wir jetzt besprochen haben, ich meine, das Gespräch war ja schon auch sehr mit Doomsday-Szenarien belastet und es ist sehr negativ. Ich glaube, es ist wichtig zu betonen, dass unsere Zukunft überhaupt nicht in Stein gemeißelt ist, sondern dass wir sehr aktiv mitbestimmen können, wie unsere Zukunft ausschauen. Und wenn man sich davon abwendet, dann hat man schon die Entscheidung abgegeben, meiner Meinung nach. Also das ist ein Punkt, den ich da absolut sehe, bei diesen ganzen negativen Szenarien, die man leicht diskutieren kann, weil sie viel diskutiert sind und weil die Menschen da gut drauf anspringen. Anführungszeichen, gibt es auf der anderen Seite diese wunderschönen Szenarien, die genauso denkbar sind, die man aber auch nur erreichen kann im Bewusstsein dessen, um was es da geht. Und das bedeutet, dass sich jeder beschäftigt und nicht das passiert, dass es aus reiner Angst vor, das ist immer die Angst vor Neuen, aus dieser reinen Angst heraus, geboren, noch nicht mal versucht wird, zu nutzen. Es wäre einfach viel zu schade, dieses Potenzial eben nicht auszuschöpfen, weil dass das ein unglaubliches Potenzial hat, wird ja schon alleine dadurch gezeigt, dass es solche Dummste-Szenarien gibt mit KI. Das bedeutet nämlich genauso, dass es in die andere Richtung genauso funktioniert. Dass es genauso gut, indem es ja extreme Gute umschwingen kann. Also ich meine, das Einzige, was nicht passieren darf, und ich meine, wir haben Angst immer vom Neuen, das Einzige, was nicht passieren darf, ist, dass wir da stehen bleiben, wo wir jetzt gerade sind. Ja, als Kinder. Was auch noch gehen kann, welche Optionen es natürlich auch gibt, ist, dass wir uns wieder zurückentwickeln, und wir sagen, wir verzichten freiwillig auf, auf vielen von den Konsumen, den wir, den wir haben, und, und, und machen viele Sachen anders. Wäre vielleicht auch schön, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit liegt eher im Fortschritt, dass wir uns dahin bewegen, als im Rückschritt, oder sich zurückzuentwickeln. dem wir nicht zustimmen. Es ist natürlich eine romantische Utopie, wie der, da sprechen doch auch alle Leute drüber, wieder mal Zeit zu haben für die Dinge, und sich mal eine Kartoffel anzubauen, und dann diese Kartoffel zum Essen, und das sehr bewusst wahrzunehmen, und das ist nicht nur romantisch, das ist auch das, was vielleicht den Menschen, rein biologisch gesehen, deutlich näher liegt, als das, was wir betreiben. Ich meine, vielleicht geht es uns gerade einfach zu gut, als Menschheit. Vielleicht muss es uns einfach wieder bebrauchen, ich meine, gerade sind eh harte Phasen, aber ich meine, es ist traurig zu sagen, aber es gibt viele Leute, die halt auch glauben, dass in harten Zeiten die Leute einfach besser miteinander koordinieren. Überlegen wir uns mal, was wir geleistet haben damals, zu Zeiten des Wiederaufbaus, nach dem Krieg. So viel Trauma da auch jetzt über Generationen weitergegeben wird, das ist natürlich auch sehr schockierend, auch zu überlegen, was wird passieren mit Ukraine, wie viele Generationen an Trauma, an Geschichten weitergegeben werden, wo wir uns immer noch mit dem Trauma unserer Großeltern beschäftigen müssen, aber gleichzeitig auch wieder eine große Chance. Ich meine, dieser Wiederaufbau, wo ein Großteil der Bevölkerung weg war, wo viele Sachen neu geordnet werden mussten, wo die Leute sich auf Demut gezeigt haben, auch wieder auf alter Sinner vielleicht wieder fokussiert haben. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dieser Überfluss, der erzeugt auch einen gewissen Drang, die Dinge an sich zu klammern, die man gar nicht braucht. Die Leute beschweren sich drüber, also oft hört man, dass Steuern zu hoch sind und das sagt jemand, der jeden Tag mehr essen kann, als er gesund führend ist, mehr trinken kann, als er gesund führend ist, wo sich jedes Wochenende eine Kiste Bier reinzimmert. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Es gibt viele, 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 viele von diesen Personen, wo genau das passiert, die aber trotzdem die Angst hegen, dass ihnen was weggenommen wird. Und das deutet auf einen zu großen Überfluss hin. Ja, ich glaube... Weil es ist, da gibt es ja auch mehr als genug Studien dazu, dass meistens dann sogar Menschen, die weniger haben, lieber geben. Ja, aber ich glaube, was ganz gut dazu passt, ist ja nicht nur Überschuss, sondern das Problem ist ja auch Verschwendung. Ja, ich glaube genauso, ich meine, die Leute würden sich vielleicht weniger beschweren, wenn sie so hohe Steuern zahlen würden, wenn sie wüssten, das Geld wird vielleicht auch effektiver ausgegeben und es wird nicht so viel verschwendet und unnützig ausgegeben. Ein bestes Beispiel, ich meine, wer hat sich das denn ausgedacht? 100 Millionen haben wir gerade für Funkgeräte ausgegeben in der Bundeswehr, die man nicht einbauen kann in die Dinger. Ja, ich meine, und davon gibt es ja nur ganz viele Beispiele und überleg dir doch mal ganz einfach 100 Millionen, wie viel das ist und ich habe irgendwie ein schönes Beispiel, überleg dir mal, wie viele Milliarden wir an Steuern, Geld dann ausgeben jedes Jahr, um Industrien zu fördern, wo wir wissen, die sind nicht zukunftsfähig. Allein in Deutschland, letztes Jahr, wurden glaube ich 3600 Startups gegründet. Wenn du jedem Startup in Deutschland zum Beispiel nur 25.000 oder nur 25.000 Euro geben würdest zum Starten, dann kostet sich das weniger als 100 Millionen Euro und du kannst irgendwie noch Rahmenbedingungen einsetzen und sagen so, hey, wenn du das Geld irgendwie ausgibst, dann darfst du es nur innerhalb von Deutschland ausgeben. Was meinst du, was das macht? Ich meine, und du darfst es jetzt natürlich nicht ausgeben für Gehalt, das wäre das beste Förderung der Wirtschaft von neuen Unternehmen, neuen Gründungen, die es überhaupt geben würde und die Leute werden dankbar dafür vom Staat, dass sie so ein Startgeld bekommen haben und wahrscheinlich erstmal nicht abwandern und es kommt einfach sehr viel drauf an zu überlegen, was gibt es für Möglichkeiten, die den größten Effekt geben und vielleicht ist da KI, gibt dir ja wieder die Hälfte, hilft dir wieder einfacher einerseits, was macht es? Ich meine, was sind die Stärken von KI? Sie hilft uns, bessere Entscheidungen zu treffen, sie hilft uns, viele Ressourcen effektiver zu verwenden, Kosten zu sparen, sei es dadurch, dass wir weniger Fehler machen, personalisierter, darüber haben wir gesprochen, dass wir jetzt sehr viel personalisiert haben und jetzt neue Sachen machen können, die wir noch nie machen können. Das sind die großen Versprechen, die großen Chancen, die wir in der KI haben und die kannst du in jedem Bereich einsetzen und die werden dir in jedem Bereich weiterhelfen, um jetzt auch noch mal so ein bisschen positiv über Künstliche Intelligenz zu sprechen und was für Möglichkeiten wir damit haben. Ja, aber der Punkt an der Künstlichen Intelligenz ist, wir nutzen diesen ja alle so wie wir da sitzen, jederzeit in jeder Minute davon. Das steht außer Frage, dass es uns viel gebracht hat. Ich glaube, wir nutzen es einfach noch viel zu wenig. Also ich meine, es gibt es ja überall drin, aber alle sagen immer so, hey, KI, das wird uns helfen, Klimawandel, ich finde das auch immer zu einfach zu sagen. KI wird nicht an sich helfen, jetzt irgendwie, wir können jetzt nicht drauf uns verlassen, dass KI jetzt irgendwie den Klimawandel steuern können und es wird auch immer mal wieder gesagt, KI wird helfen und ja, sie wird helfen, aber es ist nicht genug, es gibt noch viele andere Sachen und am Ende steht auch immer noch die Komponente Mensch. Ja, das ist der Punkt, also von selber sind noch die wenigsten Dinge passiert, es muss jeder für sich die richtigen Entscheidungen treffen, das was du vorhin beschrieben hast, eine hochqualitative Entscheidung beinhaltet alle Rahmenbedingungen, alle guten Daten, die man so aufnehmen kann und das würde für jeden Einzelnen bedeuten, dass er sich zum Beispiel dem Klimawandel gegenüber eine gewisse Verantwortung aneignet und entsprechend auch handelt. Jetzt nicht auf der anderen Seite, wie es viele lieber machen, ignoriert oder leugnet oder was auch immer damit treibt, aber das ist wieder eine andere Seite. Ich denke, da sind wir auf einem guten Weg, wenn ich ganz ehrlich bin. KI an sich, ich denke, das sollte die Essenz bleiben, das wird ein wichtiger Teil unserer Zukunft sein und dieses witzige Faktum, dass so ein einzelnes Vorkommnis von so einer Sprach-KI, die jetzt plötzlich mit uns sprechen kann, viele Menschen in einer Art von einem Angstzustand versetzt, zeigt ja nur, wie viel Potenzial dahinter steckt. Was Angst macht, bedeutet, es ist wirklich neu und was wirklich neu ist, kann viele gute, positive Veränderungen bringen und das unterstreicht sich ja da doch nur umso mehr. Tristran, vielleicht zum Abschluss, was würdest du für einen Rat geben für jemanden, der gerade aufwächst, wie er sich mit diesem KI-Thema in seiner eigenen Zukunft auseinandersetzen kann, um in ein glückliches Leben zu fallen. Ich meine, wir haben auch über Arbeitszeiten gesprochen, steckt da sicher auch mit drinnen. Einfach irgendwas, was du dir gerade vorstellen könntest, was dir als junger Mensch geholfen hätte, in der jetzigen Zeit aufzuwachsen und weiterzukommen. Geht es darum, gesellschaftlich viel zu erreichen, viel Geld zu verdienen oder gibt es andere Aspekte, die du jemandem da ins Zentrum rücken würdest? Ich glaube, was immer wichtiger wird in diesem Zeitalter, sind glaube ich diese Aspekte, die uns menschlich machen. Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, wie wichtig es ist, einfach nett miteinander zu sein, ein gutes Umgehen zu haben. Wie kann ich mich als junger Mensch irgendwie aber auch auf diese Technologien vorbereiten, ist, ich kann sehr offen sein, sehr proaktiv sein, wispigig sein, neugierig sein, für neue Sachen auszuprobieren. Und ich glaube, eine Sache, die viele Leute unterschätzen, gerade in einer Welt, wo nach außen hin so viel passiert, wo sich so viele neue Sachen entwickelt, es gibt immer noch eine Reise in sich selbst hinein. Da gibt es so viel, dass du erkennen kannst über dich selbst, was dich ausmacht, was dir wirklich Freude ist. Und am Ende des Tages wird man merken, dass es auch so Schwieriges, mir fällt manchmal auch zu sagen und vielleicht auch mein Lebensstil, wie er gerade ist, weil ich einfach sehr viel unterwegs bin und sehr viel am Arbeiten bin. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist nicht das Geld, an das wir uns erinnern werden und das da irgendwie ausmacht, ob wir ein glückliches Leben haben oder die 100 Stunden, die wir gearbeitet haben, sondern die Momente, die wir mit anderen Leuten verbringen konnten und die uns glücklich gemacht haben und sich einfach irgendwie vielleicht auch besser selbst kennenzulernen und reflektierter zu sein. Und ich glaube, das ist auch eine große Reise, auf die man sich begeben kann. Und ja, dieses Sinn des Seins, ich glaube, das ist etwas, was Leute über ihr Leben hinweg suchen und das wiederzufinden und sicherlich sehr spannend. Auch gerade jetzt in der Welt, wo alles immer turbulenter ist um den Moment rum. Das, glaube ich, beinhaltet viele Aspekte von den Dingen, die notwendig sein werden in Zukunft, in sich zu gehen, weil in sich, im eigenen Kern wird man sehr schnell merken, dass es nicht darum geht, einen gesellschaftlichen Obolus zu leisten, einer Geschichte zu genügen, der Geschichte vom Geld, der Geschichte vom Erfolg oder der Geschichte von der Arbeitszeit, sondern dass es eine eigene Geschichte gibt, die man selber schreiben darf, über die man selber bestimmen darf, wie man die zu richten hat. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, das war sehr inspirierend. Ja, danke, habe ich auch gefreut, das ist sehr philosophisch geworden. Ja, das macht es umso interessanter. Ich finde, die technischen Aspekte, die werden unglaublich viel diskutiert. Man nimmt sich selten Zeit, einen philosophischen Aspekt mal zu durchleuchten, der doch umso massiver ist, weil es so eine unglaubliche Technologie ist. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank.